hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren aufnahme human fall flat dabei ist natürlich wieder sam und wir drei vom ufo team ja mittlerweile schon da war am anfang mal auf dein doggie style zu machen ich krieg die krise kommen wir mit ich auch wir gehen jetzt in die knaben erziehungsanstalt für sehr schwere fälle jetzt kommt mit kommen jetzt mit mit kommen mit kommen nehmen das holz nicht verarbeitet was steht einfach nur neben dran denkt so war ja was macht sein da hat er einen ständer auf geht's gott ok was sollen wir dann einfach mal runter geile mucke ja also hier gerade ja auch durch ich drück hier mal den knopf er komme wieder zurück ja ja schon mal knopf drücken der kalt der 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 also wird wir nicht fest und das doch machen mit dem Ding ja macht noch mal gekommen nicht mehr ist die den Töntgen der Tüntgen die 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 Ante das sind denn nein ich kann das sein ich will ein Stückchen von der Mauer mitnehmen die Hände ein Stückchen von der Mauer Mauer der Fallstückchen von der Berliner Mauer Oh, oh. Oh, bleib doch hier! Geh weg, Lina! Voll abgesägt, ey! Moment, ich will mich dranhängen! Halt! Nein, ich will mich dranhängen! Halt, ich will mich dranhängen! Alles klar! Ich will mich dranhängen! Los! Los! Ich bin bereit! Ich auch! Hu! Yeah! Oh mein! Yeah! Oh oh! Ähm... Wow, das war... Ups, 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 ups! Sag mal... Ich muss mal kurz was gucken! Ähm... Kommen wir da eigentlich auch in die Halle rein? Eigentlich ja schon, oder? I don't know? Halt! Lina, schieb das Ding nochmal zurück! Naja, warte mal... Kann ich nicht... Diesen Brocken von der Mauer... Ich kann's auch zurückschieben! Ja, okay, dann mal tu! Dann darfst du das auch machen! Ja, nein! Naja, mach mal! Fortfahren! So... Äh... Weißt du, ich bin grad so voll im Menü und guck irgendwas nach und dann komm ich wieder und dieser komische Fettbanz, da der nackische, hat mich da am Kopf und rübt mich durch die Gegend! Das gibt's doch nicht! Oh ja! Jetzt geh doch einfach mal weg, du Perversling! Oh nein! Junge! Ja, ich will ja... Ich will ja doch nur rein! Ach! Wir können ja durch! Ja, ich hab freigeräumt! Wir räumen noch ein bisschen mehr! Äh... Äh... Ich hab die Mauer weggemacht! Oh, ich häng am Po! Gut! Und schon wieder! Immer diese sexuelle Belästigung hier, ey! Schrecklich! Chironimo! Wuhu! Ich weiß gar nicht, wie ich da rübergekommen bin, aber ich hab's geschafft! Aua! Cool! Aua! Ich bin auch runtergefeuillt! Ich will da auch dran! Ich geh hier mal rein! Jetzt! I came in like... Nein! What?! Warum?! I came in like a wrecking ball! Ohhhh! Ohhhh! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Ich will auch! Vivi! Kann ich nicht! Vivi fährt das Ding! Komm zurück Vivian! Vivian, komm zurück! Nein! Aua! Ey! Warum krieg ich immer dann dieses Tiegel ins Gesicht? Vivian, komm zurück! Mit dem nackten Mann! Ja, ich muss auf den Bagger wieder! Komm mit dem nackten Mann zurück! Ich muss erstmal in den Bagger kommen! Wo läuft der nackte Mann hin? Ich häng fest! Ich häng fest! Lena! Ich bin hier drüben! Hallo! Hallo! Ich will auch hier in den Bagger! Oh, voll! So! Hallo, Lena! Hier! Hallo! 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 Jetzt mach! Du musst hierher! Ach ne! Echt! Wirklich! Tatsache! Vivi kommt wirklich nicht mehr auf den Bagger drauf! Ich komm nicht mehr rein! Und ich kraule, kraule, kraule! Und ich... Ich mach hier drüber... Ich hab's geschafft! 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 Ich mach mal ein Workout hier drüben gerade! Nein, wir müssen da lang! Wir müssen da lang! Ähm... Deine Arschritze, die ist irgendwie rot! Als hätte jemand irgendwas mit deinem Arsch versucht! Geil! Das war doch vorhin der Sam, ey! Ich... Warum immer ich? Ich hab doch gar nichts gemacht! Sam, wir wissen's doch alle! Das ist doch gar nicht wahr! Das ist gelungen! Irgendwie erstaunlich schnell in meiner Richtung! Das find ich irgendwie, glaub ich, doch nicht so gut! Jetzt! Jetzt! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Los! Steh auf! Äh... Lena, hi! Hi! Ich will da jetzt dran! Juhu! Aua! Loslassen! Ja! Jaaaa! Ah, damn it like a wrecking ball! Das sieht so perverse aus mit diesem nackten Mann da! Ja! Hi, nackter Mann! Hier irgendwelche komischen Sexspiele! So! Jetzt sind wir da drüben! Und weiter? Ja! Dann gehen wir da hoch! Ja, da kann man doch nix dafür, dass dieser hartnackte Mann an seinen Wellen spielt! Das kann doch passieren! Aua! Ich dachte, du beträgst mich! Sieht's aus! So! Sieht's wo aus? Geht hier irgendwo... Hier geht noch ne Treppe hoch? Nein, der Sam kommt da hoch! Da ist auch ne Treppe! Nein, hier geht's nicht... Hier geht's hier noch... Ähm... Aua! Hätt's aber einer Mühe gegeben! Ähm... So! Es gibt keinen Fahrstuhl! Achso! Oh nein! Wir spielen erst dann weiter, wenn's ein Fahrstuhl gibt! Genau! So! Das war Human4Flat! Danke fürs Zuschauen! Es gibt keinen Fahrstuhl! Deswegen können wir das Spiel nicht bänden! Alles klar! Der Foul ist simpel! So! Hier ist irgendwie... Brauchen wir das? Ich schieb's einfach mal runter! Was darf denn? Hier, Achtung! Eine Mülltonne piekt! Mülltonne piekt! Ähm... Ähm... Hätte das nicht vielleicht... Nein! Scheiße! Ähm... Hätte das nicht vielleicht hier hin gemusst? Guck mal dahin! Ich weiß nicht! Aber das liegt irgendwie ganz komisch an der Ecke! Hier ist ne Spule! Was auch immer das... Wie geht's denn weiter? Da ist ne Spule! Ich fliege mal runter! Hui! Da drüben müssen wir hin! Oh! Toll! Ich hab's nicht geschafft! Ach, da drüben müssen wir vielleicht wirklich hin? Ach nein! Ich schieb's einfach mal runter! Wuhuuu! Ähm... Äh... Warte! Ich bin da, wo wir hin müssen! Okay, cool! Hast du es gespeichert? Nee! Das ist schlecht! Sam ist auch da! Scheiße! Ich komme wieder zu euch! Ihr müsst ganz hoch und dann übers Dach hierher fliegen! Huchwiss! Was war das denn? Du wüsstest, wo ich liege! Wo liegst du denn? Und du siehst, wo... Hier! Hi! Hi! Ich komme da nicht mehr rüber! Wo liegst du? Okay, dann gehen wir mal runter und gucken, was passiert! Also wir... Warte, 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 warte! Ich komm! Doch, ich bin oben! Alles gut! Ich lauf mal auf die Ecke! Sehr gut! Und ich lauf jetzt hier rüber! Entschuldigung! Guck mal, wo ich laufe! Ich cheate! Ich cheate jetzt auch! Alter, ich lauf übers Dach! Ich komme einfach ins nächste Level rüber! Wie geil ist das denn? Lena, ich auch! Ich bin auch bei dir! Huch! Jetzt bin ich runtergefallen! Oh! Ich bin irgendwie ins nächste Level gelaufen! Das ist schlecht! Lena! Oh! Lena! Ich finde das nicht gut! Ich bin auch da! Ich bin auch eins weiter drüben! Ich hab die Tür aufgemacht! Hi! Ja! Oh nein! Ähm! Ähm! Da oben! Hm? Warum ist die Tür wieder zu? Ah, warte! Hi, Bibi! Du hast auch gecheatet! Ja! Ich hab die Tür aufgemacht! Sehr gut! Dann komm rüber zu uns! Äh! Geht nicht! Warte, ich komm da auch ein! Ja, ja! Mach die Tür auf! Leg das Ding rein! Leg das Ding rein! Leg das Ding rein! Oh! Ich bin an der Kiste übrigens! Haha! Bibi! Noch eins weiter gelaufen! Ja! Kann ich das... Tür auf? Ja! Ihr müsstet das ein bisschen weiter zu mir schieben, damit ich dann die Kiste drauf stellen kann! Ich komm nicht da rein mit der Stange, voll doof! Egal! Wenn ich die Kiste nämlich auf das Ding stell, dann kommt ihr durch die Tür auch durch! Nein! Ich glaube, äh Leute, ihr solltet vielleicht... Ah, Lena hat mich speichert, alles klar! Nein! Nein! Bibi, wo bist du? Bibi! Zu die Kiste hier rüber! Ich habe die Kiste! Komma! Geronimo! Achtung selber! Ey, warum fliegt der immer... Nein, Bibi! Lauf vorwärts, lauf vorwärts, lauf vorwärts! Jaaaa! Nein! Bibi, sehr gut! Sie hat's geschafft! Nein, doch nicht! Nein! Ich dachte, hall die Kiste fliegt runter! Oh, scheiße! Aaaah! Der haarige Mann hängt doch nur hier! Hängt hier vielmehr! Aaaaah! Bin ich behindert, alter! Oh... Stopp! Kannst loslassen Lena. Ja, ich muss euch da rüber transportieren! Nein, musst du nicht. Nicht? Okay. Gut. Dann nicht. Ich lasch mal da durch. Es geht hart gespeichert. Juhu! Oh nein! Ja, hart daneben, weiter. Hallo Baby, hier bin ich! Huch! Muskeltraining, Bizeps im Triebsatz. Habe ich dich? Nein! Da ist sie. Habe ich dich jetzt? Nein! Oh Gott! Überraschung, Navine! Was ist passiert denn hier? Ja, da hinten. Was hast du gemacht? Warte, ich helfe dir. Hände hoch und hoch. Ja! Geschafft! Danke! Du sollst nicht das hoch machen, du sollst an den Angelhaken da springen. Okay, ist jemand verschüttet? Nee, ne? Gut. Nein. Juhu! Äh! Äh! Hilfe! Nein! Oh oh! Leute, ich bin im Steinhaufen gefangen. Scheiße. Ich komm hier nicht raus! Hilfe! Hilfe! Ich hänge! Los, WB! Äh, ich hänge! Ich hänge! Ich hänge! Komm da nicht hoch! Wo ist das Helm hin? Was ist das denn hier? Weiß nicht. Ich laufe mal wieder zurück, weil ich vielleicht keine Ahnung hab, wo ich hin soll. Wo geht's denn hier hin? Wir hätten, glaub ich, da hoch springen müssen und da ist ja ne Glassteine. Ah! Information to you, ne? Scheiße! Man könnte cheaten. Leute? Yes? Ja. Nein! Ich hänge fest. Ähm, jetzt nicht mehr. Okay, alles gut. Ich komme! So. Jetzt bin ich schon wieder in der Mitte dieser Steine. Einer dieser Steine, gell? Aber was wäre, wenn wir einfach da rüber gehen? Äh, ja, aber wir können mal hinkommen. So! So geht halt auch. Hey! Danke! Nein! Wo seid ihr denn jetzt? Wir cheaten, glaub ich, gerade ein bisschen. Ich schaff's nicht. Oh! Ich schaff's nicht! Ja, ich schaff's nicht. Ah! Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht, ob das richtig ist was ihr da dran sagt. Äh, wie lang bist du gelaufen? Ach so? Ich hab uns jetzt einfach an die Scheibe gehängen. Ah, bei! Juhu! Ich schaff's nicht! Ich komme! Warte mal! Ich hab's nicht geschafft! Hilfe! Hilfe! Damit wir hier... Warte, ich kann... Ohne Nacht, ich kann... Eventuell das Tor öffnen, damit wir auf den drüben rüberkommen, damit wir auch das erledigt haben. Ich kann den Haken runterholen. Toll, jetzt hat... Nee, jetzt ist es egal. Nein! Es wurde gespeichert. So. Ich bin oben. Okay. Will ich da weg? Ja, da muss ich gar nicht hin. Ich leg's da hin. Juppidu! Leute, ich glaub, die Wand können wir hier kaputt machen. Die Glasscheibe, wo du da krass. Achso, ich muss da, denke ich mal. Ich komm doch nicht hoch. Was soll ich denn hin? Wo bist du? Ah! Lustig. Moment. Da, wo wir waren, gerade mit den Felsen, da kann man die Wand kaputt machen mit den Felsenstücken. Ah, okay. Aber ich krieg's nicht gepacken. Ich komme hier nicht durch. Hopp, 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 hopp. Ja, genau. Teamwork! Nein! Was los? Lass einfach los. Hopp. Es ist okay. Nein. Ja, ich bin runtergefallen. Ich bin tot. Oh Mann, ich will dich kaputt machen. Komm in die Hütte. Nein! Bäh, bäh. Hallo? Ich hab's geschafft! Äh, Leute, wir haben... Am... Blägen. Warum, komm die weg! Ich hab's geschafft! Wir haben die Kiste nicht mehr. Oh Mann, wo ist die? Die Kiste ist hier oben. Die ist wieder oben. Leute, ich hab's geschafft! Da, wo wir sie geholt haben. Juppidu! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Nein! Und stolz auf dich, Lena! Danke, wenigstens einer. Bitte schön! Wenn wir zuhören. Kann ich die Wand auch kaputt machen? Lena macht alles kaputt. Vorwärts! Aua! Welche Tür hab ich jetzt eigentlich aufgemacht? Hinter dir! Wie hier? Na, so. Ich bin irgendwie ganz woanders wie ihr. Oh! Oh! Ich halte sie auf! Ich halte sie auf! Was ist das? Los! Lass los! Ich habe ein Problem! Hilfe! Lena, wo bist du eigentlich? Ich mach alles kaputt! Oh! Hier bin ich! Hä? Wo? Ich bin den offiziellen Weg gelaufen, ihr Doftnasen. Hi, Bibi! Hier bin ich! Hallo! Ich hab die Wand kaputt gemacht! Guck mal, ich hab die Wand kaputt gemacht! Ah! Schon wieder! So, wo muss ich jetzt hin? Ach, da! Äh, hier drüber! Ich bin zu euch! Hallo! Jay, hier bin ich! Hab dich gesehen! Hab die Wand kaputt gemacht! Muss man jetzt da lang? Ich muss jetzt, äh, die Treffer wieder hoch, hier links. Also, hier, da wo wir waren. Hier unten drunten. Wo bist du? Wo bist du? Ich guck mir gerade das an. Ah! Ich seh dich gar nicht. Wo bist du? Wo bist du? Nein! Lena ist weg! Ja! Für immer! Muuu! Ja, dann müssen wir Generation Zero alleine aufnehmen. Oh, nö! Oh, nein! Ähm... Die zwei machen da gerade Singleplayer, nö, Lena? Keine Ahnung, wo die sind. Ich irgendwie auch, weil ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Hier oben, Lena! Ist hier ne Kiste? Nein! Ich fange! Lena! Nein! Sam! Warte! Ich bin gefangen! Hallo! Ja, hallo! Weißt du, so ein ganz... Jetzt seid ihr alles drin! Huch! Lena, du kannst rüberkommen! Also runterfallen! Juhu! Ähm... Kann man das eben nicht verschieben? Ja, ne? Nicht? Mach ich drüber! Irgendeiner müsste das verschieben, dann stelle ich mich drauf und hol somit die andere Kiste. Ja, ich... Ja! Ähm... Na? Kann mich mal einer wieder hier aus dem Raum rauslassen? Äh, äh... Hast du noch Raum? Ach so... Wer da ist wo? Jetzt! Und mir wurde zugehört? Hallo! Ja, der wurde zugehört. Ja, der wurde zugehört. Wohin soll die sind schieben? Das wollte ich grad machen? Dann kommt der wieder mit irgendwelchen Räumann. Ja, hier, jetzt komm raus! Ich bin da! Wir müssen... Einer muss die Lena erstmal hier rüberbringen. Hallo! Warte, Lena! Pass auf! Warte! Nein! Oh, die Tür ist zu! Warte, ich halt sie auf! Ey, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Halt's ab! Nein! Nein! Boah, iiih! Wie das aussieht! In die andere Richtung? Waaah, da ist ein Bein! Ich fahr in die andere Richtung. Gut. Na, du? Na? Du musst doch irgendwie da rüberkommen. Ja, da drüben ist die Kiste. Komm! Ich hol sie. Wuuuuh! Ich will da auf! Ähm... Na! Ähm... Lena? Dann nimm nochmal. Hm? Ah, so, warte. Dreh dich mal um. Äh, äh, äh... Hm? Oh, schön! Hehehe! Eh, kann ich das... Nein! Oh, Gott! Was machst du denn da? Ich komm nicht mehr hoch! Huch! 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 I need help! Huch! Hm, was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Huch! Huch! Genau das! Huch! Ich bin's geschafft! Ich bin nicht runtergefallen! Es geht nicht! Aber jetzt bist du drüben! Dann lass uns! Nein, nein, nein! Ja, es passt! Ja, es passt! Ja! Oh! Wo fand ich jetzt hin? Au! Lebensretter in Not! Mit ein bisschen Ruckeln an ihr hat's gepackt! Oh ja! Wo seid ihr denn jetzt? So! Also, noch einmal vorwärtsmarsch! Wo seid ihr denn? Wom geht's nicht? Hinter der Eisentür! Du musst hinter die Eisentür! Noch ein bisschen! Stop! Okay! So, lass ich erst mal ausbaumeln! Ach, da oben ist die Kiste! Ja! Über dir! Achso! Hab ich gar nicht gesehen! Hi Sam! Hallo! Bin ich an der Schalter rum? Ich bin ganz woanders! Scheiße! Ob ich schon das Ding wieder rüber, ja! Du brauchst du nicht! Echt nicht? Achso, stimmt! Da drüben ist auch ne Treppe! Ach Gott, jetzt ist mir doof! Ich will auch! Vivian! Mach die Tür wieder auf! Mach die Tür auf! So ungefähr? Mach die Tür auf! Danke! Huch, was treibt ihr denn hier? Nein! Komm mal rüber! Die Kiste ist da oben! Und wir brauchen ja die Kiste, um die Tür aufzuhalten! Achso! Ja, wie kriegen wir die dann hier rüber? Achso! Okay, wow! Du lädst auch rein! Meine Hand steckt in der Tür fest! Was seid ihr für Leute? Was seid ihr für Leute? Steckst du wieder fest? Was seid ihr für Leute? Was seid ihr für Leute? Du bist dann wirklich! Jawohl, Vivi! Wuuu! Yeah! Nice! Gut gemacht! Schmeißt du rüber! Äh, wie? Fangen sie! Nach oben und dann springst du hier rüber! Wuuu! Ja! Fang ihr mit! Alles klar! Das war geplant! Scheiße! Ey, das ist doch ein Witz, oder? Könnt ihr uns wieder reinlassen? Nein! Boah, das ist doch ein Witz! Guck mal, wo die Kiste hängt! Nein! Jetzt lass doch mal die Tür auf! Guck mal, wo die Kiste liegt! Ah, scheiße! Ne, ne! Lena ist zu uns rüber! Dann müssen wir wieder wabbeln wahrscheinlich! Ey, ne! Die Kiste, die ist wieder oben! Naja! Sag ich doch! Aber direkt an den Balken, du! Ja! Ich möchte da auch ran! Nein! Kannst du mich hochziehen? Dann haben wir vielleicht zwei Chancen, falls du es verkackst! Alles klar, Sam! Ja, Sam macht das schon! Wie ist das unten? Hui! So, okay! Ah! Nein! Hui! 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 Mag das komische Ding jemand rüberfahren? Dann kann ich das da drauflegen! Uuuh! Lalalalalalalalala! Juppidu! Dann fang ich sie auf! Naua! Wollt auch nicht! Oh! Ich bin voll der Zinsack geworden hier! Ja! Wir sind drüben! Gut gemacht, Lena! Wir sind drüben! Lalalalalala! Eieieiei! Äh, wow! Das war sehr... Keine falsch! Hey, Borat, ab's mir! Ne, Borat! Borat, was los? Borat, ab's mir! Das ist mein Nachnamen, ab's mir! Ups! Wir sind so weg! Wir kommen wieder runter! Ach, mach du das, Sam! Gib mir mal die... Die Platte, die Platte, die Platte! Äh! Ne, die Platte hoch! Da drüben war ich grad! Achso, ihr macht das jetzt! Okay! Hab ich, Sam! Na, okay! Du musst die Platte nehmen! Die Platte muss da hoch! Hab ich! Ich hab die Platte! Die hängt an mir fest! Ah! Uh! Da war mein Kopf im Wehen! Aua, aua! Mein Schädel! So! Alle drauf, bitte! Ne, ich glaube nicht, weil wir müssen, glaub ich, noch... Da unten ist auch noch ein Hebel, hier unten! Unter der Grafscheibe! Uah! Ich bin hoch! Nein! Hier we go! Nein! Wir sind im schlechten Slapstick-Film, ey! Irgendwie schon! Sam hat mich weggeslappt! Er heißt ja auch, äh, Slam-Snack-Man, ne? Ja! Oh ja! Ah! 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 Genau, und das Ding musst du ja... Juhu! Es geht nicht! Es hängt fest! Oh! Und dann einmal da entlang! Hallo! Ich hänge fest! Warum hängt das da fest? Ach so! Ach so! Oh! Alles klar! Hat geklappt! Oh! Aua! Hä? Warum geht das? Äh, ich hab den Knopf... Knopf in der Hand! Ähm, hoch! Aua! Was ist das? Äh! Oh! Bitte! Mein Ernsthaft jetzt? Ich glaub ich müssten wir jetzt... Sicher dass wir das so machen müssen? Ja, das könnte sein! Komm Lena, versuch es! Noch ein bisschen höher! Noch ein bisschen höher! Moment! Habs gleich! Juhu! Juhu! Und lass los! Juhuu! Uuuh! Ups! Hilfe aaaaaaah! Rohe Gewalt! Ernsthaft? Rohe Gewalt, das ganze Spiel über! Ja, schrecklich solche Spiele! Zerstören! Wir sind schon wieder! Wieder 23 Minuten! Wir sind zu Ende! Ja! Wir sind zu Ende! Wir sind zu Ende! Danke fürs Zuschauen, die mir vorhin hat so viel Spaß gemacht! Wie immer! Hashtag Rohe Gewalt und nackte Ärsche! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ich kann machen, dass Luft stinkt! Tschüss! 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 Bis zur nächsten Folge! Bis zur nächsten Folge! Ciao! Ciao!